Kann man durch Fasten das Rauchen aufhören, ja oder nein? Und dazu muss ich ganz klar sagen, ja. Was ist der Vorteil, um beim Fasten mit dem Rauchen aufzuhören, ist, dass du nicht zunehmen wirst. Willkommen zu einem neuen Video und ich dachte, ich mache gleich noch ein zweites hinten dran. Und zwar geht es heute um das Thema, kann man durch Fasten das Rauchen aufhören, ja oder nein? Und dazu muss ich ganz klar sagen, ja, ich habe wirklich mein halbes Leben gefühlt geraucht. Also ich habe damals irgendwann mit 13, 14 Jahren als Teenager so angefangen, so diese gedrehten, selber gedrehte Zigaretten, irgendwie Quischtabak, ja, zu rauchen. Und habe auch regelmäßig geraucht tatsächlich. Ja, mein Vater hat auch geraucht, meine Mutter auch ab und zu, die raucht jetzt aber auch nicht mehr. War halt ein normales Ding früher zu rauchen, irgendwie war das auch cool in der Schule so zu rauchen. Und ihr kennt das selber, es ist eine blöde Angewohnheit. Angewohnheit, man hat Langeweile, man raucht eine. Das ist wirklich, man macht das eigentlich automatisch, um sich so eine kleine Pause einzuholen. In der Arbeitszeit zum Beispiel freut man sich auf die Raucherpause. Oder wenn man auf dem Bus wartet früher, dann raucht man eine. Irgendwie hatte das immer so einen speziellen Vibe. Also irgendwie habe ich auch super gerne geraucht. Und ihr kennt das vielleicht auch selber, wenn Leute sagen, hey, ich rauche mega gerne, ich will gar nicht aufhören. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, ist Rauchen wirklich so cool? Ich sage nein dazu, ganz klar. Warum es stinkt? Du schmeißt eigentlich Geld aus dem Fenster raus. Okay, man will das Geld so oder so irgendwo ausgeben, aber es ist wirklich unnötig. Es ist nicht gut für die Zähne, du kriegst gelbe vergammelte Zähne. Es ist nicht gut für die Haut, gerade für die Haut. Ich finde, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, warum man nicht rauchen sollte. Aber auch vor allem der Geruch und vor allem auch als Nichtraucher. Also heutzutage muss ich sagen, wenn ich jemanden so diesen kalten Rauch rieche, wenn jemand viel raucht, finde ich es wirklich abartig ekelhaft, obwohl ich selber so viel geraucht habe. Wie habe ich jetzt mein Rauchen aufgehört? Das verrate ich dir. Und zwar habe ich 2015 hier, wo ich nach Mexiko gekommen bin, das erste Mal lange gefastet. Also ich habe wirklich gesagt, ich möchte auch fasten, weil ich aufhören möchte mit Rauchen. Ich hatte das schon mal davor. Ich glaube, vier Jahre oder so davor hatte ich schon mal ein kürzeres Fasten gehabt von zwei Wochen. Da habe ich auch den Grund gehabt, dass ich aufhören wollte zu rauchen, weil ich irgendwie kein Geld hatte für Zigaretten. Und dann dachte ich mir, es ist einfach so, es ist einfach zu fasten. Dann kann ich mit allem aufhören. So hat nicht so gut geklappt. Also bei den zwei Wochen, da habe ich danach auch wieder angefangen zu rauchen. Nicht so geil, aber 2015, wo ich dann vier Wochen ein Saft-Wasser-Fasten gemacht habe, habe ich aufgehört zu rauchen. Was ist passiert? Ich habe einfach vier Wochen ja logischerweise beim Fasten nicht geraucht, weil das ist einfach so, beim Fasten ist easy, dass du weißt für dich in deinem Kopf, du hörst jetzt auf mit allem. Du denkst gar nicht darüber nach. Also die Option, könnte ich jetzt eine rauchen, existiert nicht, weil du fastest. Beim Fasten streichst du alles und ich fand es persönlich einfacher, alles wegzulassen, als nur das Rauchen. Ihr kennt das selber, jetzt ist man nervös, dann denkt man nur an die Zigaretten, dann stresst man sich ja mental komplett. Beim Fasten ist es so, du stresst dich nicht, weil die Option ist einfach nicht da. Du konsumierst nichts. Das heißt, nach den vier Wochen gewöhnt sich der Körper daran. Das heißt, jeden Tag, ja, vier Wochen lang, 30 Tage, hast du nicht geraucht. Also die Idee zu rauchen kam nicht mehr in deinen Kopf und der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du aufhören willst zu rauchen, probiere es mit Fasten. Probiere es mal. Du wirst sehen, es wird dir leichter fallen können, als wenn du einfach nur das Rauchen weglässt. Natürlich kann es am Anfang sein, dass du Kopfschmerzen hast durch den Entzug und so weiter. Das ist auch durch Kaffee so, wenn man viel Kaffee trinkt und dann anfängt zu fasten, kann es sein, dass du Kopfschmerzen hast, dich nicht so gut fühlst und auch mit dem Rauchen und erst mal bist du vielleicht ein bisschen unruhig. Aber spätestens ab Tag drei, vier wird alles entspannter sein. Und wenn du diese Zeit durchstehst und dir immer sagst, warum du aufhören möchtest, der Grund muss da sein. Dieses Warum muss einfach groß genug sein. Du musst wissen, warum du mit Rauchen aufhören möchtest. Schreib dir die Punkte auf und rede dir immer ein, du schaffst das. Du schaffst das. Und denke nicht ans Rauchen. Denke gar nicht daran, wie es wäre jetzt eines Rauchen. Denke an alles, das, was sich gut anfühlt außerhalb vom Rauchen. Denke an deine Gesundheit. Denke an die ganzen Vorteile, die du hast, wenn du aufhörst zu rauchen. Denke an den Geruch. Deine Finger riechen nicht mehr, deine Haare riechen nicht mehr, deine Klamotten. Es ist so mega angenehm. Du sparst einen Haufen Geld. Du tust etwas Gutes für deine Haut, für deine Zähne, für deine Gesundheit. Es ist unglaublich teuer. Und vor allem, was ist der Vorteil, um beim Fasten mit dem Rauchen aufzuhören, ist, dass du nicht zunehmen wirst. Das Problem ist nämlich oft, dass wenn wir aufhören zu rauchen, ist es so, dass wir anderweitig konsumieren und kompensieren. Das heißt, diese Raucherpause, die wir sonst hätten, kompensieren wir dann einfach mit Essen. Dann sagen wir, okay, ich esse jetzt was, anstatt zu rauchen. Oder ich trinke jetzt noch einen Kaffee mit Zucker und Milch. Okay, das sind auch Kalorien, anstatt einer zu rauchen. Das ist nicht gut, weil du wirst dann wahrscheinlich zunehmen. Oder du isst dann Bonbons. Viele Bonbons oder Haribo, irgendwelche Süßigkeiten. Das ist sehr fatal und das ist auch nicht viel besser für deine Gesundheit. Und deswegen sage ich dir, der beste Weg, um das Rauchen aufzuhören, ist zu fasten. Ich habe dann die vier Wochen gefastet und habe dann aufgehört zu rauchen. Ich habe tatsächlich, ich bin ehrlich zu euch, in den nächsten Jahren, das war 2015, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, habe ich ab und zu nochmal geraucht. Aber dann wirklich nur zum Spaß, wenn ich zum Beispiel mal Feiern waren und Alkohol getrunken habe, habe ich mal geraucht. Ich habe mal auch einen Monat in der Schweiz gearbeitet, in der Gastronomie, an der Bar. Da habe ich dann zum Beispiel auch einen ganzen Monat wieder geraucht. Überlegt euch das mal. Aber nach diesem Monat habe ich auch einfach wieder aufgehört. Also ich habe richtig gemerkt, dass ich diese Sucht einfach nicht mehr habe, weil das Fasten hat mir gezeigt, wie stark ich bin. Das Fasten hat mir gezeigt, dass alles möglich ist, wenn ich mich mental dafür entscheide. Und das möchte ich dir jetzt versuchen zu erklären, dass es wirklich eine super, super gute Gelegenheit ist, zu fasten, um dich mental und körperlich zu reinigen und gleichzeitig überschüssige Kilos zu verlieren, sowie das Rauchen aufzuhören. Es ist einfach genial. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, hey, willst du aufhören zu rauchen? Wenn ja, sag mir warum. Was hindert dich daran? Oder auch an alle, die auch durch das Fasten aufgehört haben zu rauchen. Schreibt mir gerne eure Erfolgsgeschichten in die Kommentare. Mich würde super interessieren, ob hier noch jemand dabei ist, der das Rauchen aufgehört hat. Und glaub mir, egal wie viel du gerade rauchst, egal wie lange du schon rauchst, es ist alles scheißegal. Es geht darum, dass du jetzt eine Entscheidung treffen kannst und dass du jetzt aufhören kannst zu rauchen. Es liegt an dir, kein anderer Mensch. Und rede dir nicht ein, dass dein Körper abhängig davon ist. Rede dir das nicht ein. Dein Körper reagiert auf deine Gedanken. Das heißt, wenn du dir jetzt sagst, ich muss aber rauchen, sonst geht es mir nicht gut, sonst bin ich zitterig und so weiter. Hör auf damit. Wirklich, hör auf damit, dir das einzureden. Sag dir, mir geht es wundervoll und ich kann auch ohne Zigaretten einfach gesund mein Leben leben. Und mir fehlt es an nichts. Denk dir einfach, wie schön sich das anfühlt, wenn du das alles weglässt und das Rauchen einfach gar nicht mehr in deinen Kopf kommen lässt. Es ist wirklich eine Entscheidung, glaub mir das, weil ich habe auch jahrelang geraucht und du kannst nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie ein Alien bin, dass es nur bei mir funktioniert. Nein, es funktioniert bei jedem anderen Menschen, auch wenn er mental sich darauf einstellt und das möchte. Der Wille ist so entscheidend. Ein Wille kann Berge versetzen und das wisst ihr selber. Wenn man etwas will, dann findet man Wege. Und deswegen ist es am wichtigsten, dass du dir das Warum ganz klar vor Augen hältst. Meinetwegen schreib dir die Warum-Gründe auf, warum du mit Rauchen aufhören willst, was sich daran verbessert. Schreib dir das auf und häng dir das irgendwo hin, damit du dich immer daran erinnerst, warum du angefangen hast, diesen Weg zu gehen und nicht mehr rauchen möchtest. Und ich wünsche dir mega viel Erfolg dabei. Ich glaube, dass du das schaffen kannst, weil ich habe es auch geschafft. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Sage ich, das ist meine Einstellung, denke positiv. Das heißt, wähle Gedanken, die wirklich deinem Ziel, das Rauchen aufzuhören, auch bestätigen und supporten. Ganz, ganz wichtig. Und lass dir von niemandem was einreden. Und meinetwegen hänge es auch nicht großartig an die Glocke. Und du musst nicht jedem erzählen, dass du jetzt aufhören willst zu rauchen, weil die Leute dich dann vielleicht ein bisschen belächeln oder sagen, Ja, das schaffst du doch eh nicht. Daran glaube ich erst, wenn weiß ich was ist. Weißt du, das kann dich auch ein bisschen runterziehen. Wenn du natürlich selbstbewusst genug bist und überzeugt genug davon, dann kannst du es jedem erzählen. Aber wenn du selber merkst, dass dich die Gedanken oder die Meinungen anderer Leute noch ein bisschen runterziehen würden oder könnten, dann erzähl das lieber niemand. Behalt das für dich und zieh es für dich durch, bis du dir sicher bist, dass du es nicht mehr brauchst. Und das ist wirklich nur ein Durchhaltevermögen. Das ist einfach nur tagtäglich sich dafür zu entscheiden. Und du wirst sehen, es wird funktionieren. Ich habe zum Beispiel auch Kaffee aufgehört. Ich trinke keinen Kaffee mehr, ich rauche nicht und mir geht es so, so gut damit. Ich fühle mich so frei. Ich fühle mich einfach vital, lebendig, fit. Also auch mit Kaffee, das ist auch so ein Ding, weil Kaffee macht uns oft so wach und wir kriegen dann so einen Herzrasen und feiern das Gefühl auch. Aber im selben Moment werden wir dann auch schnell wieder müde. Wir haben dann so diese Hoch und Runter. Und seitdem ich keinen Kaffee trinke, bin ich konstant eigentlich immer fit. Also ich schlafe auch viel, viel besser nachts und deswegen bin ich viel fitter, wenn ich morgens aufstehe. Ich schlafe vor allem viel früher ein, wache dann viel früher auf und ich glaube, das liegt auch vielleicht daran, dass ich keinen Kaffee mehr trinke. Gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Schaut gerne die anderen Fastenvideos noch an und fragt mich gerne, was auch immer ihr wissen wollt. Ich freue mich auf jedes Kommentar von euch, auf jede Frage. Ich mache dazu auch gerne ein Video und dann bis bald, ihr Lieben. Was wolltest du gerade noch sagen? Achso, like das Video, abonnieren nicht vergessen. Genau. Und die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren, genau. Das mache ich auch gleich, das habe ich noch nicht gemacht, das mache ich auch gleich. Die haben schon abonniert. Die haben schon abonniert. Sehr gut. Die haben schon abonniert, Junge! Mann! Mann!